Hallo, Sina! Na, geht's Ihnen gut heute? Hey! Warum atmelst du nicht, du Arschloch? Ich höre zu Mama! Wenn die Profis noch nicht mal mit dir klarkommen, wie soll ich das dann schaffen? Sie sind ihre Mutter. Benni braucht eine langfristige Lösung. Ja? Hey, Sina, du darfst dich einfach in mein Zimmer. Ich bin ein Schulbegleiter. Ich kann nicht mehr mit den Jungen! Ich mach mal einen Vorschlag. 1-1-Betreuung. 3 Wochen und bald. Wo ist denn der Fernseher? Gibt's nicht. Kein Strom, kein Internet. Und schönes Blutdruckkacken. Ich hasse dir! Weil ich mir so auszicke, darf ich nicht zur Mama. Das kannst du dir erinnern. Habt ihr schon mal dein Echo gehört? Mama! Mama! Mama hasst mich. Willst du mein Papa sein? Ich hab schon eine Familie, Benni. Und du auch. Ich hab manchmal richtig Angst vor ihm. Ich kann es nicht mehr. Verabschieden Sie sich wenigstens von Ihrer Doktor! Fick dich! Ich verliere die nötige Distanz. Wie, ist das jetzt Ihr Ernst? Diesmal muss es klappen. Je älter du wirst, desto beschissener werden die Maßnahmen. Ich hab die Verantwortung für dich! Keine Sorge, das ist Sicherheitsglas. Er erzählt. Wie heiß ich? Ekelmaßmensch. Na also, wird er.